Musik Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grifismit TV. Eins unserer Themen heute ist der Schwerkrafttransport, der vor einem Jahr stattfand. Dabei handelte es sich um drei Flügel einer Windkraftanlage in Richtung Klütz. Das Ganze passierte in der Nacht. Clip up! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Jetzt erwarten Sie ein paar alte Aufnahmen von Günther Henning, unter anderem vom Freibad, von der Übergabe der Turnhalle am Tannenberg und von der damaligen Fischerhütte. Viel Spaß! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich hoffe, diese Aufnahmen haben Ihnen gefallen. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich verabschiede mich und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.